Giovanni Battista Bovicelli hat in Italien von etwa 1550 bis etwa 1594 gelebt. Er war Franziskaner, Komponist, Improvisator, Sänger und Musiktheoretiker. Seine Schule Regole Passacchi di Musica erschien um 1594. Besonders für Sänger sind hier Improvisationsanleitungen und virtuose Beispiele zu finden. Nach gängigem Muster der damaligen Diminutionsschuhen werden auch hier Intervalle und Kadenzen verziert und danach folgen beispielhafte Matrigaldiminutionen. Als erstes würde ich gerne acht ganz kurze Beispiele vorstellen über einer Sekunde. Dieses Intervall, die Sekunde möchte ich gerne einmal unverziert spielen und danach kommen die acht kleinen Verzierungen darüber. Verzierung Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 9 Wir werden uns jetzt zwei dieser Beispiele genauer angucken. Zur Information noch, das hier unten ist Herr Bovicelli, höchstpersönlich. Und immer wenn wir uns mit Bovicelli beschäftigen, wird dieser Herr Bovicelli auch im Bild sein. Los geht's. Welche soll ich zuerst lernen? Ich spiele dir noch mal kurz das unverzierte Beispiel vor. Das war eine Sekunde aufwärts. Und eine Verzierung umspielt so ein bisschen das F und das geht folgendermaßen los. Und dann wird das F noch ein bisschen umspielt. F, 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 E, also eben eine runter, ein rauf. Als wäre es. Genau, richtig. Jetzt spielst du mal noch einmal und dann kannst du spielen. Und das zweite Beispiel? Und das zweite Beispiel, das hat ganz viele Sprünge. Ich spiele es nochmal vor. Okay, am Anfang eine Quinte. Genau. Und dann nochmal hoch zum A. Genau. Und dann? Nochmal zum tiefen D. Also, ja, na, 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 na. Und das Ganze jetzt bloß noch mit Punktierung. Ja, aber vorher die Töne nochmal. Eigentlich habe ich immer noch D zu E. Ja, na, 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 na. Und vertreiben wir die Zeit vorher mit dieser Akkordzerlegung. Na, 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 na. Und jetzt, na, 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 na. Genau. Und jetzt punktieren. Jetzt das Ganze noch punktiert. Genau, und jetzt würde ich es nochmal ein kleines bisschen schneller spielen.